13. Dezember Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die drei Spatzen von Christian Morgenstern In einem leeren Haselstrauch, da sitzen drei Spatzen, Bauch an Bauch. Der Erich rechts und links der Franz und mittendrin der freche Hans. Sie haben die Augen zu, ganz zu und oben drüber, da schneidet es. Sie rücken zusammen, dicht an dicht. So warm wie Hans hat sie niemand nicht. Sie hören alle drei ihre Herzlänge poch und wenn sie nicht weg sind, so sitzen sie noch. Ende von Die drei Spatzen Aufgenommen von Jule Niedermeier Eine Untertitelung des ZDF, 2020